Musik Servus Dann machen wir gleich weiter wenn die Brauch besteht sonst legt sie sich nicht hin Ok Ich heiße Andrea Schindler und bin heute im Auftrag von und vor allem Hunde helfen Menschen bei euch Wir haben uns zur Aufgabe gemacht in die Schule zu gehen mit dem Thema keine Angst vor dem großen Hund Dass die dass die Kira eine große Hundedame ist das können wir ja alle sehen Kira ist ein ungarischer Herdenschutzhund und ist jetzt sieben Jahre alt und diese Hunderasse wird in Ungarn hauptsächlich gezüchtet um auf Schafherden aufzupassen also ein Tierschutzhund und darum schaut sie auch so aus wie ein großes Schaf wie ein Hundeschaf nur hat sie halt im Gegensatz zu einem Schaf richtig tolle Zähne Genau Ich wollte gern von euch wissen wir hatten schon mal eine schlimme Erfahrung gemacht mit einem Hund oder wem ist mal was passiert wo er gesagt hat Mensch da hatte ich so Angst da ging es mir richtig schlecht Was waren wir bei dir? Bei mir das war mir unser Hund aber das macht er jetzt so nicht der war da ganz jung und hat mir da eigentlich mal den Bauch bissen Wollte toben und spielen mit dir? Nein den du eigentlich gar nicht kennst und er hat gesagt den fasse ich nicht an und du hast gesagt ruhig stehen bleiben und dann will ich einfach noch wissen was man noch macht oder was man nicht machen kann Die Leonie Wer ist die Leonie? Die Ah ja mir passt sie auch nicht an Die Leonie schau dir nur und wenn sie geschnuppert hat dann der eine und die ist halt schon die Hände Okay? Alles klar Hast du aber gut gemacht Und heute haben wir gesagt stimmt's? Kira Darf ich dich streiten? Dann habt ihr gesagt wir gehen langsam auf und zu und lässt sich beschnuppern stimmt's? So ist es soweit hast du gesagt Servus du Servus du Servus du Kommst du kurz näher her dass ich besser schnuppern kann? Die wollen ja vorhin schon mal gehen und schnuppern gell Ja Ja Komm doch jetzt sag ich Hi Hi Das machen wir Okay Cool Genau Bravo Und die Hände waschen Stopp Ben Danke Vielen Dank. Vielen Dank.